Hey Leute, ich hätte mal nicht gedacht, dass mich das Coronavirus dazu bringt, mit einer Selfiestange durch die Gegend zu laufen. Aber ich mache das, weil ich habe in den letzten Tagen, wo wir alleine die Messe feiern müssen, und ich habe noch Glück als Priester, dass wir zu dritt hier vor Ort sind und die Messe dann immer zu dritt feiern können, dass mir etwas fehlt. Und zwar, dass das, was mich an den Texten des Tages berührt, das, was mich wirklich im Innersten tief beruhigt, auch nicht teilen kann. Und so versuche ich das mal auf diesem Weg. Also ihr dürft das auch teilen, wenn ihr das seht und wenn ihr das gut findet. Und ja, heute hat mich berührt in der Tageslesung aus dem Buch Deuteronomium der Satz, denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen. Und ich finde das genial, denn er ist uns nah. Er will uns nah sein, auch da, wo wir im Moment keine Gottesdienste in der Öffentlichkeit feiern können. Er will jedem von uns nah sein und das kann er und das will er und das könnt ihr auch spüren, wenn ihr euch ihm aussetzt, wenn ihr versucht, ein-, zwei-, dreimal am Tag zu beten. Es gibt mittlerweile so viele Angebote auf den Seiten der Bistümer, aber auch auf den Seiten eurer Pfarrei. Okay, informiert euch. Ich glaube, das ist eine ganz große Zeit im Moment. Nicht eine große Zeit, weil sie ungewohnt ist, weil wir sie zum ersten Mal haben. Nicht eine Zeit, weil sie einsam ist, sondern eine große Zeit, weil ich keine Ausrede mehr habe, mich nicht mit Gott zu beschäftigen. Schaut auf die Tageslesung. Nehmt einfach zu euch mal zwei, drei Minuten und betet. Es muss nicht lange sein. Ihr könnt aber daran erkennen und ihr könnt dann auch immer wieder spüren und immer mehr spüren, dass dieser Jahwe seinem Namen alle Ehre gibt und der Ich Bin da ist. Und das ist für mich eine große Zusage, dass wir das Volk sind, dessen Gott ihm so nah ist, wie kein anderer ihm nah sein kann. Ich wünsche euch, dass ihr eine große Nähe zu Gott findet. Denn die große Nähe zu Gott schafft Weisheit. Und vielleicht ist das auch noch eine Idee, ein Tipp für die nächsten Tage. Schaut nicht immer nur die Nachrichten, die euch sagen, wie viele Leute infiziert sind, sondern schaut vielleicht auch mal, wie viele Leute sind denn schon wieder gesund geworden. Es geht nicht immer nur darum, dass wir uns das Schlechte runterholen aus dem Internet, sondern es geht auch darum, dass wir einfach mal gucken, was war auch gut. Ich genieße zum Beispiel heute hier wunderbar dieses Wetter. Und ich freue mich, dass hier vor unserem Kindergarten der Kirschbaum schon blüht und die Sonnenstrahlen, die Sonne lacht mich an. Das genieße ich gerade und ich hoffe, dass ihr auch so Momente habt und dass ihr euch sie nehmt und dass ihr Gottes Nähe spürt. Bis dann!